Ich nehme jetzt auch einfach auf und ja, deswegen begrüße ich auch mal meine Zuschauer. Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde in Minecraft. Oh, ich frage mal. Äh, wo geht's hier lang? Achso, hier. Einfach in den Abgrund, würde ich sagen. Genau. Was heißt das Ziel? Heute mit dabei, wie ihr schon gehört habt, wie gewohnt, der Spieltrip. Trip. Ja, und für die Leute, die nicht wissen, was Jump League ist, das ist eine... ein Jump'n'Run-Spielmodus, bei dem man halt auf dem Weg Kisten sammelt und ja, dann am Ende zu einer Art Quick Survival Games gegeneinander antritt mit dem Equip, das man gefunden hat. Ja, das ist eigentlich der... Ach, ich bin zu blöd, gerade da hochzuspringen. Ohne Witz. Hey, weißt du doch immer? Nothing happened. Okay, geschafft. Oh, diese Rakete. Ich verflure diese Rakete immer wieder aufs Neue. Ich hab heute schon mal eine Runde aufgenommen und bin wirklich bei jedem Sprung runtergefallen. Das war unglaublich. Oh, das kann ich ja auch noch was sagen, das weiß ich nicht. Okay. Aber bis jetzt läuft's ganz flutschig. Es flutscht ganz läufig. Ja, genau. Dann so geht's ja nicht weiter, oder? Oh mein Gott. Was ist das alles für Pro-Games? Dann schon so weit vorne. Aber die ist denn los mit ihnen? Ja, was ist denn? Was ist denn los mit denen? Wo geht's jetzt weiter? Oh nein, das ist mein Hasssprung. Mein absolut... Oh, geschafft. Okay. Ja, und direkt mal runtergefallen. Ich hab jetzt... Mein Gott. Ich frag mich, wieso die alle so gut sind. Ach, ich bin eh als Erster. Ha! Ich mein, ich bin jetzt mal runtergefallen jetzt. Du Letzter? Ähm... Nein. Ich bin sogar nicht so schlecht. Ich bin Dritter. Ich hab das letzte Mal wieder gespielt. Es haben alle gerage graded, außer einer. Und ich. Ich seh dich sogar. An dieser Premium, das so gut. Hacked. Äh, ganz ruhig. Ich hab's... Ich hab's auch gesehen. Es ist gehackt, oder? Das gibt's ja gar nicht. Es gibt nicht. Das gibt's nicht. Ich bin hier auch gerade ein bisschen konzentriert. Wenn ich ein bisschen wenig rede, entschuldigt mir das. Ja, was ist denn? Wem sagst du das alles? Mein Gott, nein. Das war schlecht. Jetzt mein... Fass jetzt mein PC direkt wieder aus. Direkt erst mal an der Nase krabbeln. Mann, es juckt. Ja, es juckt dich, aber mich juckt's nicht, was du? Juckt mich nicht. Sie juckt mich einfach nicht. Wie soll man da bitte hochkommen? So ein bisschen. Hinter dir. Alles von mir ist unzerstörbar. So, ja. Alles ist fraktibel. Außerdem gibt's ja auch eine Zeitbegrenzung. Also, wer das hier nicht erreicht... Äh, ja. Dann ist spätestens nach der Zeitbegrenzung Schluss. Das war ein sehr guter deutscher Satz. Das freut mich. Außer hiermit erreicht das Ziel. Dann ist schon früh im Schluss. Ich hoffe, dass wird passieren. Was war mitten hier? Mh. Also, ich wollte mir wrecken, dass... Ja, und hier übt man auch gleichzeitig Jump'n'Run und PvP. Oh Gott. Oh, wie, 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 das war gar knapp. Uff, 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 uff. Was ist denn los bei dir? Ah, der Helikopter, da hab ich immer keine Ahnung, wo man langen muss. Du bist beim Helikopter, da? Ja. Dann ist schon mal Rest in Peace. Ich kann's geöffnen. Oh mein Gott. Ich kann aber nicht öffnen. Ich kann aber nicht öffnen. Ich kann aber nicht öffnen. Aber ich kann das nicht öffnen. Ja, kann das. Oh, ich habe sehr, sehr gutes Equip. Ich verrate dir zwar noch nicht was, aber... Das ist ein dir, oder? Zwei dir. Nein. Aber kein Stick. Oh, je, je, je. Aber du, oder? Nein, es hat geleckt gerade. Ich war die beste aus. Was? Er ist einfach schon da. Oh, je, je. Oh mein Gott. Jetzt habe ich ein dir gefunden, Alter. Ah, das verlade knapp. Ich bin auch jetzt fahrt, Alter. So, ja, jetzt startet auch die PvP-Runde. Wer im Jump'n'Run schlecht ist, kann hier sein Skill zeigen. Ich bin aber auch sehr gut ausgerüstet, muss ich sagen. Man kann ja entweder Glück oder Pech haben. Okay, hier ist mein erstes... Nein. Ohne Witz. Ohne Witz. Komm, spiel einfach. Mann, Alter, du bist so ein harter Pink Player. Was? Alter, du mit dem Pink Player einfach immer nur... Hä, ist doch so, Mann. Hier hat man einfach keine Chance. Also, von ihm los. Gut, jetzt. Von ihm schau'n's. Riechen. Oh, es leckt auf ihm. Es hat wirklich was geleckt. So, den müsste ich aber auch haben. Locker. Okay. So. Alter, uncool. Hä? Da spaut noch eine Truhe. Hä? What's... Hä? What's up? What's up? Würde ich sagen. Oh mein Gott. In Jumbly gespawnt Truhen. Oh mein Gott. Der Dierschuhe einfach, Junge. Ja, ich will sterben. Haha. Du bist ja auch nur der Einzige mit drei. Du bist so ein gemeiner Mange. Ah! Nein! Hä? Das war's gar nicht so. Doch. Aber ich hab ihm geholfen. Das rastet er direkt wieder aus hier. Rastet er direkt wieder aus, ne? Yo, mein Block. Ja, ich glaub's aber, ne? Oh mein Gott. Alter. Der hat aber auch eine heftige Range. Jetzt muss ich aufpassen. Ich hab nur noch ein Live. Auch heftiger Hate, würdest du mal sagen, oder? Hm? Ein Live hast du noch. Ja, scheiß. Das hätt ich vielleicht nicht sagen sollen. Kann man ja auch nicht ablesen. Da rechts. Ja, überhaupt nicht. Nein, kann man nicht. Scoreboard existiert nicht. Das ist nicht. Das ist einfach nicht, okay? Das ist nicht. Ich habe Angst. Oh. Weil ich Tage deswegen gehört. Aber wisch ihn aber eigentlich nicht. Okay. Hä, ich wisch ihn gar nicht. Was ist das denn? Anti-Rain-Shake, oder was? Genau, weil sowas ja auch gibt. Oh! Komm schon! Ich hab einen Pfeil in der Scheiße. Ich bin im Arsch. Ja. Mein Gott, ich treff auch. Ich hab' auch gar nicht mit der Angel. Ja, genau. Oh nein. Ja, es ist so. Yes, Allah. Was für ein Lack. Okay, den haben wir. Hä, lol. Okay. Erstmal essen. Oh. Okay. Ah, der Angel ist unser Sterber. Das heißt, wir brauchen uns zu switchen. Er ist ja nicht auch ganz gut. Okay, jetzt gehen alle auf Spieltrip. Denn er hat nur noch zwei Leben. Und wir haben natürlich noch eins. Und der hat noch mal noch. Und der hat noch mal noch eins. Hat auf jeden Fall sehr viel Sinn ergeben. Komm, ich muss doch regnen hier. Come on. Ja, wo ist denn ich ruhig noch mit der Angel? Ich find' hier aber auch grad kein... Achso, ich hab' ja nen Kompass. Ist mir gar nicht aufgefallen gerade. Dann geh' ich mal den Kompass nach. Nein. Nein, ich bin gestorben. Dammte deinem noch. Jetzt wird's knapp. Jetzt wird's knapp. Jetzt spielen auf jeden Fall alle ziemlich defensiv. Oh, nein. Ist auch wer. Ähm, wir gehen nicht mal auf uns. Okay? Okay. Hä, hier oben ist einer. Wie ist der da hingekommen? Äh, holst du dir den gerade, der da oben stand? Ja, warte, der ist jetzt auf der einen Seite. Warte, dann geh' ich mir den holen. Ja, komm, dann haben wir noch. Einen Schlag noch. Ah, der ist One-Hit. Ja, okay. Nein, hä? Ich schneide mal den Weg ab. Achso, der geht da rüber. Ah, ich müsste ihn haben. Dann geht's nicht so gut hier. Mann, der hat hier gar keine Range. Oh, witz. Das finde ich ja auch. Hä? Den hab ich vorher auch aber nicht getroffen, den. Mann hat ja echt. Ja, jetzt geht er wieder da hoch. Hab ihn. Okay. Ähm, ich würde sagen, wenn wir hier noch übrig sind, äh, 1-1-1-Wettel. Ähm, ja, okay. Und ich hab nur ein Goldschwert, interessanterweise. Ja. Ist das so? Ich hab eine sehr gute Rüstung. Ich bin fast voll Iron bis auf die Brustplatte. Da hab ich nur eine Kette. Das ist immer so, dass, äh... Okay, ähm, gehen wir beide auf meinen Block. Ist ja Team eigentlich erlaubt. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Okay. Ja, ich würde sagen, das war eine sehr schöne Runde. Ja, vor allem, weil der jetzt ganz jetzt, ähm... Camps? Ähm, bist du... Ja, das bist du. Schau mal, da war letztes hier rum. Das bist du. Der ist hier oben. Hast du ihn? Hast du ihn? Nein, ich bin. Warte, geh weg, geh weg. Geh weg. Nein, ich bin in der Ecke. Ich bin tot. Den hol ich jetzt. Den räche ich dir jetzt. Den räche ich dir jetzt. So, ja, dann hast du Easy. Der ist richtig low. Schau. Der Tierfuhl. Ja, GG. GG, abfahre. Sorry. Ja, sorry. Konnte ich nichts machen. Ja, es tut mir leid. Ich würde sagen, es war... Man regeneriert sowieso. Ja, es war eine sehr gute Runde. Ja, gut. Ich hab gewonnen. Das muss eine gute Runde gewesen sein. Ach, ja. Und dann flamen alle immer nur. Ja. Hier ist ein YouTuber nice. Ja, ich würde sagen, wenn du gewonnen hast, lass auf jeden Fall eine Bewertung da. Bei mir bitte auch. Du hast sehr schön gewonnen. Ja, ähm. Mein Spielpartner. Ich hab gewonnen. Ähm, verlinke ich natürlich in der Videobeschreibung. Wie immer. Gewinner der Herzen. Ähm. Husten. Hey, du hast mich letztes Mal nicht verlinrt. Ich weiß, aber ich hab's dann noch nachgeholt. Verklage dich. Okay, ich hab's einfach nur vergessen. Okay. Du mir hat eine gute Ausrede vom Gerichtssatz. Ja, ich versuche jetzt auch. Sag dich sowas von einem, aber sowas von. Regelmäßig Videos zu bringen. Ich hoffe, das klappt irgendwie. Und ja. Ähm, wird dir schon irgendwie nicht klappen. Schaut euch hier auf jeden Fall. Jetzt rede ich aus. Ja, okay. Schaut auf euch. Ich hab übrigens. Nein. Schaut auf. Nein. Nein. Ich kann nicht reden. Okay. Okay, du bist dran. Ladies first. Nein. 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 Ich hab übrigens hier eine Bewertung für dieses Video der Aktiviert. Das liegt daran, dass wir die Hate einfach vom Arsch gehen und dass ich auch besser finde, wenn ihr einen Kommentar schreibt. Die haten doch eh alle nur wegen dir. Ja, die hassen mich alle. Nein, es passiert nur, wenn du im Video bist. Spaß, was heißt der? Ich hab Kommentare deaktiviert. Was heißt Kommentare? Nur die Kommentare sind aktiviert. Das heißt, ihr könnt mir einen Kommentar schreiben. Würde mich sehr darüber freuen und einen Kommentar schreiben. Mit einem Feedback. Bei mir auch? Äh, Verbesserungsvorschläge und so weiter. Ähm, ich arbeite auch wahrscheinlich in der nächsten Zeit an einem Special. Mehr verrate ich aber nichts. Und ja. Zehn Abonnenten-Special. Ich würde sagen, äh, ja. Bis dann. Okay, tschüss. Bis dann.